Moin, hallo Bobs. Ja, es ist wieder so, wie wir ein Special Kartenpaket im Shop. Diesmal ist es ein Golden Classic Band. Wir haben sechs Goldene Packs. Sechs Goldene Classic Packs, so gemerkt. Die kosten uns 15 Euro. Ist eigentlich ziemlich viel Geld für sechs Packs. Aber die Golden Packs hat man sonst immer nur gekriegt, wenn man ein Abenteuer durchgespielt hat. Und vorher, glaube ich, noch auf anderen Wegen, irgendwie Twitch gucken oder sowas. Auf jeden Fall, deswegen werden die auf jeden Fall gecashed und wir sehen uns gleich wieder Band aufmachen. So, wir haben das jetzt gekoppt. Tschin-ching! Und jetzt in die Packs aufgemacht. Sechs Packs. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal eine Legi im Classic Pack gezogen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man sonst immer nur diese einzelnen Packs von Arena aufmacht oder von Tavern Ball hauptsächlich. Deswegen legen wir einfach mal los. Eine legendäre wäre natürlich Premium. Auf Harry Dragon, sehr nice. Beispielen das ist halt vier Dragon Hunter, da ist der ziemlich nice, also so Staple. Da kommt die Goldenen ziemlich nice rüber. Kommt eine Legi oder Epic. Wir haben eine Legi drin. Okay, let's go. Let's go, Jungs. Also die Goldenen Legis hat sich schon gelohnt. Wir schließen die Augen. Jiraxus golen! Holy Moly! Da wird sich der Vader freuen. Dann spielen wir einen Highlander Warlock. Das kommt auf jeden Fall hier. Mit dem Sack Pack Nerf kann man das jetzt wieder spielen. Jiraxus. Und da gucken wir mal, ob wir ein nice Deck bauen können. Drei Packs noch. Müssen wieder shaken. Let's go, komm. Mit dem Juxus bin ich nur sehr zufrieden. Oh, der Print ist auch sehr, sehr nice. Und let's pack. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Last Pack Magic. Eine Epic? Eine Epic? Keiner Legi. Aber zwei Epics, nice. Explosive Trap, sehr, sehr nice. Okay, Stabiland ist jetzt nicht so das, was man möchte. Icicle. Ist okay, ist okay. Ja, das war es auch schon wieder mit dem kurzen Video hier. Wir haben den Goldenen Jaxus gezogen. Da kommt auf jeden Fall ein Deck zu. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.